hallo willkommen zu einem neuen video von mir ich präsentiere euch meine frisch gekochte lasagne sojanka wie man sieht schön rot mit tomatenmark paprikapulver gürkchen und natürlich leccio hier wie man sieht hier paprika vom leccio die ist jetzt fertig die hat jetzt 45 minuten gekocht und ich probiere die ganze sojanka jetzt mal für euch gürkchen sollten auch weich sein so dünn wie die geschnitten sind erst mal dran riechen nach sojanka riecht ein bisschen fettig pusten könnte zwiebel ist dann natürlich auch drin könnten ticken salziger sein schmeckt irgendwie leicht süßlich ich habe keine ahnung ich habe das ganze gurkenwasser da reingemacht aber die schmeckt richtig geil hier so jetzt mal probieren das natürlich noch total reis zum eventuell ausliefern oder verschenken oder essen ja essen auf jeden fall also es ist ein riesen pot also wer davon was haben will der sagt bitte bescheid aber ihr wollt ja alle nicht die paprika auch schon weich leicht süßlich könnte ein bisschen mehr salz rein für meinen geschmack aber ansonsten ist das eine geile suppe das ist meine sojanka